auch eine demo version 1.2.1.0 und das heißt breit hört sich auch von dieser demo gelänger als die eben die demo extinction das ist auch ein rohrspiel doch mal optionen aber ich glaube ich vielleicht nicht dieses englisch noch bei englisch so wir starten das spiel das zweite spiel ist bright kurs 2 ich habe nicht mehr ein erster gespielt aber zweiter mal reingucken er sah anders aus es ist ein art shooter spiel ist nun dings davon habe ich schon gemacht persönlich ist erst mal gemacht weil es sah gut aus wir fangen mit den ersten dann das nächste rohrspiel this film depicts a murder that took place in win hua university dao reindelt in 1916 i've got to get out of here you are you are you are you are you are you Schu-Yoh-Yi Selbst wenn ich sterbe! Ich werde niemals von dir rauskommen! Wie ist das möglich? Ich... Nein 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 Dieses Gebäude verraten die Seine von allen, die hier sterben Wir werden immer zusammen sein Das Hext-Bilding, September 14, 7 Uhr Schu-Lock, Screening-Room Be there Or beware Ähm Ähm Geht nicht auf Spiele raus, hab drin Oder der erste Teil Rückblick auf den ersten Teil Hallo, Mrs. Wong? Sue? Where the heck are you? I'm out in the field reporting Oh Wait, what? In the field? Lynn was just telling me that you're refusing to be put on the entertainment field Ah, I, um No, it's not like that, Mrs. Wong Recently I haven't been feeling well Perhaps I didn't make myself clear Oh Alright, alright So where'd you run off to? I called you more than ten times and it kept saying you were out of range I just got to Wenhua University I'm guessing the connection isn't too good up here Wenhua? Oh Those film students and their ghost sighting video Bingo It's Ghost Month And with this being a creepy ghost story I figured I could get an exclusive Come on, Sue There's no way the school will let you touch that with a ten foot pole We basically smeared them with that report on the Huang Ting Ting missing persons case How about picking something else? No way, Mrs. Wong That's exactly it If I can get something, the story is gonna totally go viral Fine It gets pretty spooky up there at night Be careful, will ya? Yup, thanks, Mrs. Wong So, so seh ich alles aus, ja? Also, ich bin mir mal eine Mädchen Hm? 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 Ich bin mir mal wieder auf, das ist ein bisschen hier, oder? Nee, doch nicht Du, aus Rhinone, ne? Ariant, Ariant, ah, das ist noch zugeleckt Das hier ist auch schon hier Wir gucken mal Ein Horrorspiel Weil wir keine Ahnung was ich machen soll, was ich machen kann das ist ja ein Frauendings. Oh! Klar, Fahrrad. Naja, ich dachte... Tut mir leid, dass ich mich berührt habe. Wo ist heil? Hm. Nachtwächter. Das ist doch nicht schlimm. Hey! Wer zum Teufel ist hier? Keiner. Bin ich hier? Ich mich nicht. Weiter. Warum ist der überhaupt da drin alleine? Jimmy Christmas! Hey, buddy. Der ist ja echt tot. Komm, raus! Hat sie mich gerettet, wa? Okay. Na, siehst mich nicht. Euch zu machen, das auch. Geht auch. Wahrscheinlich für die Deine. Äh, müssten die nicht irgendwo andersrum sein? Oster. Okay. Irgendwann muss ich auf eine Veranstaltung. Mit dem Fahrstuhl. Der hat schwierig funktioniert. D1. D1. Bbrei der Untertitel. Äh, Erdgeschlag, bitte. Äh, wie machen wir das? D1. Leider Untertitel. Äh, Erdgeschlag, bitte. Äh, wie mache ich denn das? das archiv ist im raum des mit was militär ausbilders ja es ist hier also ernst verdammt danke für die hilfe fragen zu stellen okay langsam will ich nachher mitlesen definitiv ich untersuche einen fall und wie da ich wieder dank noch gibt dich zum das ist also schnell weg machen leistung ultra leistung cool aus finde ich wenigstens ok karte karte ich bin da bin ich öffne die karte ist gleich ja ich muss nach da also rechts wo ich einfach recht war sie ja da hinten das büro rechts runter da ist der eingang alles egal von deutschland ich glaube hast du ja gesehen da kann ich durch hotel jetzt da der tote typ schliefen schnallen sitzen noch nicht schlecht schliefen 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 potkommst Mhm, Kautz. Was ist das? Das ist doch schön. An-Sin-Pei-Schau-Mu-Ma. Verzweißer TV? Okay. Wo ist ich hin? Oh. Ah. Sticky TV. Sticky TV. Sticky TV. Sticky TV. Interessanter Spiel. Gleichspiel. Sticky TV. Sticky TV. Oh. Nah. Ain't no one better than my ball and chain. Oh. Da ist er. Oh. 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 Hm. Stupid TV. Oh, get some! Get some! Oh, 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 get some! Hm. Oh, get some! Oh, get some! Oh, get some! Oh, get some! wo ist ich hin dass ich was groß das ist ja eine santa was ist da kaffee mit hacke freitschicken kgg nicht kfc wenn ich es gleich wenn es gefunden ok doch ja 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 Ich darf auch nie. Es hat nichts zu sein. Es hat nichts zu sein. Es hat nichts zu machen, ne? Ach, wie süß. Katze in der Kiste. Oh, wir können die Flex 2 an. Was ist denn die Aufgabe? Ja, was ist die Aufgabe? Oh, wir können die Aufgabe. Oh, wir können die Aufgabe. Oh, wir können die Aufgabe. Oh, ich bin Reporterin. Gut zu wissen. Oh, wo ist das Büro? Ah. Da war ich gerade. Nichts zum Büro. Ja, das war es. Oh. 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 Ah, da ist ja alles auf 1 F. B1, 1 F. ja gleich wiederum liegt ja gleich wiederum liegt ja gleich wiederum also ich wusste im f1 sehr wichtig aber wo ist f1? da vielleicht rechts rum links rum wir gehen hier durch na schön aber weiß nicht wie ich da reinkomme vielleicht da ausrum ist nicht so das exit hier kommt auf jeden Fall nicht durch hier ein? hier 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 Vielen Dank. Ohr-Bereich. Und? Und der Hütte? Warum ist hier eine Hundehütte? Ich bin wach und erwart. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Hallo, komm mal hin. Ich bin da, aber nicht da, sondern da muss ich hin. Bin ich aber gerade da. Das heißt, ich müsste eigentlich durch... Der geht noch hier hoch eigentlich. Oder ich bin vom Fahrstuhl hinter mir. Das geht aber auch nichts, also gehen wir mal wieder hoch. Lolo, komm, wir spielen zwei Demos. Eins haben wir schon gespielt, das war eine ganz kurze Demo. Und jetzt diese hier, die etwas länger ist. Wir müssen uns irgendwie reinschleichen. Ich weiß auch nicht, wie ich hier reinkomme. Das ist die richtige Höhe hier. Da muss ich hin. Ich weiß, ich müsste hier rechts rum gehen. Da durch. Aber das geht nicht. Das ist das Problem, weil... Da komme ich da durch. Das ist schön gut. Ja, komm ich durch. Oh, ah, dann komme ich nicht durch. Ich muss jetzt hier hoch gehen, das geht auch nicht. Hier muss ich 2F mäßig hoch. Ich könnte jetzt hier hoch gehen. Das funktioniert. Da ist dicht. Ich weiß, wir müssen noch weiter rüber. Ich glaube, wir müssen sich erwischen lassen. Das ist das Problem. Wir müssen hier eigentlich wieder runter gehen. Irgendwie. Da war ich auch schon drin. Gleicher Raum. Gehen wir hier wieder runter. 1F. Hier ist 1F eigentlich. So, jetzt gehen wir noch weiter runter. Wo sind wir jetzt? Da müssen wir hin. Das passt doch gut. Jetzt geradeaus und rechts. Gehen wir nach Spleichen. Wer weiß auch nicht, was hinten rum hängt. Weichert. nein wo ich hin soll soll ich auch hier holen merkwürdige da ist draußen auch weh ich weiß noch nicht was ich hier rein machen so was soll ich gucken das habe ich jetzt gemacht muss ich aber noch ein haben wieder hier bindung okay das verbunden ist eine klasse haben jetzt gemacht bildet je nach blick welche verschiedene formen versuche sie auf etwas künftiges heisen 706 oder 907 706 sein 900 406 aber was soll ich jetzt machen dass die frage aufgabe nächste aufgabe suche das büro ist habe ich doch schon was ich weiß nicht was ich machen soll ich kurz gucken ich das büro das habe ich ja schon aktuelles position ist ein durchs herrtinger ich weiß nicht wozu es sein soll ok wir sagen mal einfach 706 drei zahlen so ok hey 1006 900 zählt gibt es nicht also die 006 sein oder 9007 9007 9007 9007 007 007 007 007 006 007 007 706 oder 907 würde ich ihn noch einfach war große neuner vielleicht nicht jetzt aus oder und auch 500 1 gute frage ich freue euch die idee sein könnte 7006 900 also die einzige zahl die logisch ist es eigentlich 6 0 0 6 0 0 6 so aber es geht nicht 9007 und 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 Es könnte aber auch so sein, dass es hier 0, 1, 2, 3, 4 Also Blau zuerst Dann Gelb Das ist ein L7 Das habe ich hier Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht Ganz merkwürdig Ich weiß es nicht, umdrehen hier, andersrum Ich kann hier umdrehen, muss ich nicht so stehen bleiben 9, 0, 0 Die Frage, ne? Ist die überhaupt eine Idee, was das sein könnte? Das kann 9, 0, 7 sein Oder 7, 0, 0, 6 Mal gucken, ob ich noch was anderes finde hier Die ganzen Stations Dann schauen wir mal hier Uh-huh 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 Vielen Dank.